Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin eine Freundin von ihm. Ich komme jeden Donnerstag her. Hat er nichts gesagt? Was tun Sie hier? Ich kümmere mich auch um ihn. Ich bleibe eine Stunde. Eine Stunde? Auf ihre Art ist Puri eine mehr Jungfrau. Wenn ich es erzähle, verliere ich meine Arbeit und ich brauche das Geld. Was ist hier los? Beruhige dich, beruhige dich. Es ist wichtig, Nelson. Für wen beten wir, meine Tochter? Für einen Verstorbenen? Er ist von uns gegangen, aber es ist, als wäre er noch da. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020